Ja, Prost Leute, ich trinke gerade Kaffee. Und ja, vielleicht habt ihr einen Tipp gegen Zahnschmerzen. Ich habe unheimliche Zahnschmerzen gehabt. Ich habe Zwiebel ausprobiert, ich habe Knoblauch ausprobiert und so weiter und so fort. Aber was noch trauriger ist, sind nicht meine Zahnschmerzen, sondern Gerd Baltus ist tot. Einer meiner Lieblingsdarsteller im Fernsehen kann man sagen. Daher kannte ich ihn. Er hat immer Sonderlinge gespielt im Tartort oder auch in anderen Serien, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen kann. Lieber Gerd, wenn du das hörst. Das war so ein, also man kann einfach sagen, Gerd kann man so beschreiben, also Herrn Baltus als, na wie heißt er denn? Dieser Witzige. Also er hat auch Witzige und Sonderlinge gespielt. Also ich habe den immer gern geguckt. Also ich weiß ganz genau, wer das ist und ja, rest in peace würde ich sagen. Danke. Vielen Dank.